So, weiter geht's mit einem neuen VOT-Box-Opening, wir sind aktuell bei der zweiten, ja im Prinzip zweiten Event, wo es mittlerweile diese komischen Boxen hier gibt, und ja, ich kaufe mir hier immer 10 bzw. Anfang 20, dann 10, dann eventuell nochmal 10, muss ich mal schauen, und genau, ich weiß nicht genau, ob ich dieses Re-Ball-Feature hier nutzen will oder nicht, weil es ist halt einigermaßen, es ist teuer und man gibt halt das Gold, was man bekommen hat, wieder aus, und das ist irgendwie so voll Mindfuck, und ich bin mir nicht so ganz sicher, muss ich mir noch mal lang drüber Gedanken machen und mir mal ausrechnen, wie die Chancen sind und so weiter, und ob das wirklich Sinn macht. Ja, man sieht ja aktuell, es ist halt wirklich nur Müll, ich meine hier so 10-Gold-Ding, das kannst du ja wegschmeißen oder rerollen, was auch immer, eine Credit Reserve, bin ich eigentlich auch nicht wirklich, aber ich gebe halt keine 52 Gold aus, das wäre komplett dumm, ich meine, das sind, es wäre theoretisch 1 Euro, nochmals, wo man sozusagen ausgibt, das macht keinen Sinn. Genau, die Dinge kosten sonst 81 Cent, wenn man 10 Stück davon kauft, ich meine, auch diese Dinger hier bin ich mir nicht so ganz sicher, aber 50%, warum sind es keine 100%-Dinger, kann man sich auch sonst wo hinschieben. Drei Tage Premium, das ist geil, sind 57 Gold, theoretisch zumindest, natürlich, wenn man so 30 Tage kauft, dann ist es natürlich viel weniger, aber naja. So, ich glaube, fünfte Box ist es also momentan, fünf dieser Ausbau-Kits sind theoretisch 100 Gold plus 50 Gold, also 150 Gold ist diese Box, ist jetzt auch nicht gut, aber naja. Ich meine, ich habe nicht so viel Gold, ich muss ein bisschen sparen. Hier, das Ding kann man eigentlich rerollen, weil ich meine, was willst du mit, was willst du nicht nutzen wahrscheinlich. Ausbildungsbroschüre finde ich persönlich ganz cool, ist es nicht übertrieben krass, aber naja, was hat so ein Ding für einen Wert, weiß ich nicht genau, keine Ahnung. So, Box Nummer 6, glaube ich, war jetzt das oder so, ein Ausbau-Kit, kannst sonst wo hinschieben, 150k Credits, ist ja ganz gut, das kann man nutzen, das geht. Okay, so, das waren Truhe 7 sogar schon, nee, das ist Truhe 7, nee, Truhe 8, nee, Truhe 7. Wir sind immer noch kein Bremen-Panzer, die Chance soll, glaube ich, angeblich bei 0,5 bis 1% liegen pro, also für den T77, wobei ich sagen muss, ich habe mir jetzt wirklich viele von diesen Box-Openings angeschaut und die Chance auf den T77 ist höher als auf die anderen Panzer, plus rein gefühlsmäßig kommt das Ding am Anfang schneller als alle anderen Panzer. Das erste Mal in C77 kriegst du irgendwie um einiges einfacher als alles andere. Also den ersten, den schieben dir da quasi so ein bisschen Arsch gefühlt. Also, es ist jetzt nicht so ein kompletter Rip-Off, das man halt, vermute ich jetzt zumindest, ich weiß es nicht. Ich denke mal, es ist kein kompletter Rip-Off, das man jetzt halt so komplett von Wargaming in den Arsch gefickt wird und die halt den wirklich nach 200 Boxen oder nach 200 Tricor irgendwie raushauen. Also so gefühlt ist es einigermaßen fair und ja, genau. Okay, ich muss nur mal schnell schauen wegen Paypal hier. Ich habe mir gedacht, ich habe am Anfang 20 gekauft, aber ich habe mir doch noch 10 gekauft. Macht irgendwie auch Sinn, weil das macht dir keinen Sinn, wenn du noch mal 20 oder 10 am Anfang kaufst. Und genau, so, nochmal 10. Also 10 haben wir jetzt durch, da war im Prinzip nur Müll drin, das waren 8 Euro und ja, einfach verbrannt im Prinzip. Und das geht auch direkt wieder so weiter. Ja, Ausbildungsfroschüre, ich meine, was willst du halt damit? Ich meine, so 20k XP für die ganze Crew, das ist halt auch nicht viel. Ich meine, das machst du in Ingame mit was für einer Zeit, 20 Minuten oder so. Hm, keine Ahnung. Aber gut, ich meine, Gold steckt sich langsam ein bisschen ab. Schwierigkeit zu entscheiden, ich meine, die 50 Gold hier, ja, nein, nimmst du die, nimmst du nicht? Weiß nicht. Das sind 150 Gold aus dem Ding. Könnte schlimmer sein. Wenn man re-rollt und was anderes rauskommt, keine Ahnung. So, 53k Credits ist meiner Meinung nach sogar ziemlich gut eigentlich. Ähm, dafür braucht man ansonsten schon ein gutes Stück länger. Und ich erinnere mich auf alle Flächen mehr damit. Ja, Credreserve ist gut, aber halt eine davon ist halt auch nicht gut. Ein Tag Premium, ja. Kann machen. Kann man mitnehmen, sagen wir mal so. So, sechs noch. Also, ich weiß von vielen Leuten, die haben wirklich relativ am Anfang, ähm, ihr Ding da bekommen, ihren T77. So zwischen Truhe 5 und Truhe 15 kam das Ding meistens bei denen. Hm. Naja, also theoretisch waren wir jetzt bei Truhe 15. Mal schauen, ob er jetzt bei uns drin ist. Das wäre lustig, so mit Ansage. Ja, okay. Kann man neu öffnen. Also, ist in meiner Meinung nach nicht so krass. Tag Premium, ja, okay. 52k Gold, theoretisch. Whatever. Kann man mitnehmen. Allein die Animationen stürmen hier gerade irgendwie so, dass die wirklich so lang ist, dass man nicht skippen kann. Man kann nicht fünf auf einmal öffnen oder drei auf einmal, wäre cool. Das stürme ich nicht ein bisschen. 150k Credits. Ich meine, normalerweise kosten 400 Credits ein Gold. Das heißt, 4000 wären 10 Gold, 40.000 wären 100 Gold. Und hier kriegt man halt über 150k, das wären über 300 Gold. Aber wer wandelt halt schon Credits um, das ist halt dumm. Ja, drei Tage Premium ist in Ordnung. Das ist gut eigentlich. Das kann man schon mitnehmen, finde ich. So, zwei noch. Also, so langsam hätte ich eigentlich schon ganz gerne mal so ein... wenigstens einen Premium-Panzer. Ich weiß nicht, wie oft das ich jetzt Reroad habe. Aber... Ja, das ist halt zu teuer eigentlich. Das macht ja keinen Sinn. Warum muss das mal so machen? Nee, also... Ist ein Rip-Off. 52, 500 Gold, das ist halt komplett übertrieben irgendwie. Yay. 50 Gold minus gemacht. Nice. Und wieder Müll. Dass halt solche Sachen drin sind. Ja, das ist gut. Das ist noch nicht. 350k, das ist ganz nice. So. Das waren jetzt alle Boxen momentan. Ich habe jetzt Zeit, nochmal ein bisschen nachzukaufen. Genau, ich habe nochmal 10 Boxen gekauft. Ich dachte mir einfach mal, es wird halt irgendwann was rauskommen. Und ich meine, so innerhalb von 30 hat bisher irgendwie fast jeder einen Premium-Panzer bekommen. Also das heißt, die Chance ist eigentlich schon relativ hoch. Und ich meine, wenn der Netz nichts kommt, dann lasse ich es vielleicht... Oder so, muss ich mal schauen. Ich hätte auf alle Fälle nochmal Bock. Also wenigstens einmal, wäre das schon ganz cool. Und ja. Ja. Ein Tag Premium-Reroll für nix. Aktuelle Strategie ist so oft rerollen wie möglich. Weil laut Quickie-Bail wird ungefähr jeder Premium-Panzer... Also haben alle Premium-Panzer eine Chance von 5%. Also insgesamt die Chance auf einen Premium-Panzer ist 5%. So meine ich. Und ja. Deswegen oft rerollen sind mehr Chancen für einen Premium-Panzer. Und die Premium-Panzer ist im Prinzip das Einzige, was man eigentlich mit diesen Boxen will. Weil alles andere ist eigentlich Müll. Wirklich zum größten Teil Müll. Und deswegen... Ja. Viele Animationen anschauen und immer weiter klicken. Ja. Box Nummer 23 war es das, oder? 23? 23, jetzt kommt 24. Oder 23 kommt jetzt. Das ist verwirrend irgendwie. 145k ist an sich nicht schlecht, aber ich will halt einen Premium-Panzer. Ja. Man sieht es wieder. Lohnt sich total. Ja. Jetzt kommt Box Nummer 24. Bisher sieht es nicht so gut aus. 100 Gold. Schön. Ich hätte ganz gerne einen Premium-Panzer. Oh. Ja. T-77. Nice. Also wie gesagt. Ich meine, ihr seht auch hier. Auch bei mir lief es eigentlich jetzt ganz geil. Also nicht geil geil. Aber ich meine, es waren jetzt theoretisch 24 Euro, die ich ausgeben habe bisher. Und ein Premium-Panzer dafür ist jetzt nicht gut, aber ist vertretbar. Also ja, schon gut eigentlich. Und man kriegt einen T-77 irgendwie gefühlt immer am Anfang. Im ersten ersten Krieg ist das ein T-77 gefühlt. Bei allen, wo ich jetzt geschaut habe. Und man kriegt irgendwie am Anfang, also das erste Mal kriegt man schneller als sonst. Aber gut, ich meine, ich bin jetzt zufrieden. Selbst wenn es nichts mehr kommen würde. Ja. Also. 24 Euro für einen Premium-Panzer für einen 8er Heavy ist gut. Und ich meine, es ist ein Autoloader. Der ist relativ nice. Das ist recht gut eigentlich. Und ja, warum nicht? Habe ich schon. Würde ich schon nehmen. Also ich bin zufrieden. Ich bin schon gestrattet gefühlt. Also. Ist nice. 250k. Ja. Alles andere, was es kommt, zähle ich nur noch als Bonus. Was ich wollte, habe ich. Und ja. Zwei Boxen noch. Gut. Sind dann doch relativ schnell weg, die Boxen. Aber was weiß. Man kann immer noch weiter rerollen. Klar. Vielleicht kommt da noch was. Aber. Ja. Gut. Was gibt es sonst noch? Letzte Box. Und nochmal so einen geilen 10 Golding abholen. Oder so ein Ding. Ist einfach irgendwie nur mit der gleiche Müll. Uh. Uh. Kanonjagdpanzer 105 und 5 mal Credit Reserve. Okay. Okay. Das ist beides gut. Das ist nice. Das gefällt mir. Ich habe jetzt nicht genau den Überblick, wie viel das Ding normalerweise wert ist. Ich glaube irgendwie 38, 37 Euro oder sowas um den Dreh. Ja. Zwei Prämienpanzer. Zwei. Ich weiß es nicht. Der Kanonjagdpanzer ist glaube ich ein bisschen schlecht. Also DPM hat er glaube ich irgendwie nur so 2K oder so. Also halt für einen Jagdpanzer wirklich schlecht. Und ja. Ich meine der hat auch keinen DPM. Also wenn man jetzt nach der DPM geht, ist das wirklich ein Trauerfest aktuell. Aber ja. Ich meine die haben ihre Stärken unter der 77 ist definitiv nicht schlecht. Also von der DPM allein her ja. Aber die DPM ist zweitrangig. Es kommt darauf an, wie man die anbringen kann. Und wenn jemand vorfährt und du kannst einfach mal einen 1,1k Clip in 4. Ne. Doch. In 4 Sekunden reinballern. Jo. So. Okay. Also Runde Nummer 4. Beziehungsweise Runde Nummer 3. Ich bin zwar Box 30 bis 40. Ich habe bisher zwei Prämienpanzer bekommen. Das war der T-77. Und der Kanon-Jagdpanzer. Und ich habe mir gedacht, ich habe jetzt dieses Jahr eigentlich sowieso noch nicht viel ausgegeben für BOT. Ich habe die ganzen Events gefarmt. Relativ aktiv. Und muss auch sagen, habe ich wieder hier skillmäßig ein bisschen steigern können. Wo ich vielleicht damals ungefähr war. Und deswegen fahre mich Premium im Prinzip eigentlich sowieso zusammen und muss eigentlich kaum noch was kaufen. Und ich meine, ich bin es theoretisch bei 32 Euro bisher für die Boxen. Und das ist eigentlich in Ordnung. Ja, 53k Credits. Ich meine normalerweise, eigentlich sollte man diese Dinge so oft rollen, wie es geht. Einfach, weil man immer wieder diese 5% Chance auf einen Prämienpanzer hat, was natürlich Sinn machen würde. Das heißt, 20 Boxen, wenn man, also wenn man 10 Boxen rein theoretisch jetzt immer rerollt, hat man theoretisch 20 Versuche. Das würde bedeuten, dass man einen Prämienpanzer bekommt. Allerdings Chancen, RNG ist halt random, wie es der Name schon sagt. Und man kann es halt nicht wissen. Und bevor ich jetzt diese 53k wegrolle, nehme ich es mal. Ja, es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht übertrieben krass, aber ich nehme es. So, wisst ihr, die besten Rewards davon sind okay, meiner Meinung nach. Die 3-Tage-Premien sind gut, die 53k sind gut. Das ist zum Beispiel schon mal nicht gut. Und, ähm, ja. Ja, es ist im Prinzip eigentlich auch nicht gut, aber halt, ich will keine 52 Gold zahlen. Und ich weiß, es gibt Spieler, die machen das, aber, ich meine, diese 50% Reserven sind sowieso ein Choke. Ich meine, das Einzige, was wirklich hier was wert ist, sind die 100% Reserven. Und ich meine, ich habe jetzt hier 157 Stunden von diesen Kackdingern, die ich nie im Leben nutzen kann und wert. Und die 100% Dinge sind sowieso das Einzige, was man will. Und deswegen, ach, ich nehme es aber halt so, ich nehme es, weil ich es nehmen muss, aber ich nehme es nicht, weil ich es gut finde. Sagen wir es mal so. Okay, mit was geht es weiter? Kommt nochmal, der 3. Premium-Panzer wäre geil. Ja, an sich geil, aber halt einer davon ist ein bisschen wenig, deswegen... Ja. Also, warum man wirklich einen Reward für 10 Gold drin hat, das verstehe ich persönlich eh nicht. Also, ich meine, wenn man wenigstens 5 oder 10 machen würde, ich meine, dann wären das 50 oder 100 Gold. Das ist halt auch nicht viel, aber... Ja, das ist halt auch so ein Ding. Also, diese zwei Dinger, finde ich, halt irgendwie sollten einfach nicht drin sein. Ja. Man sieht's. Das kann eben auch schieflaufen. Also, bisher sind diese 10 Boxen jetzt gerade nicht so... Noch nicht so gut, sagen wir mal so. Aber gut. Abwarten. Ja, 5 davon sind eigentlich schon gut. 100 Gold und 5 davon... Das ist irgendwie dieser 80 Cent wert. Oder 81 Cent, um genau zu sein. Das ist fair. Das ist gut. So, 5 mal davon will ich nicht haben. Gib mir die einen Premium-Panzer dafür. Ja, anfangs Premium sind halt theoretisch 250 Gold. Wobei halt... Also, wenn man jetzt halt wie jeder normale Mensch halt 30 Tage kaufen würde, dann wäre das ein absolut schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber wie gesagt, 52 Gold gebe ich jetzt dafür nicht aus zum Rerollen. Dafür habe ich momentan einfach zu wenig. Ich spekuliere momentan drauf, dass ich einfach nochmal einen Panzer kriege, den ich noch nicht habe. Beziehungsweise den ich schon habe, um einfach das Gold zu kriegen. Weil nur dann sind diese Boxen halt wirklich richtig geil. Also, klar, wenn man einen Premium-Panzer kriegt und so, ist auch geil, aber... Naja, Gold ist halt besser als... So. 3 Tage Premium, die nehmen wir auf alle Fall immer mit. Gibt es einige Sachen, die schlechter sind. Theoretisch kosten die 57 Gold oder so. Oder 600 Gold, ich weiß gar nicht genau. 5 davon will kein Schwein haben. Dass man auch 2 mit dem gleichen Rebot kriegen kann, ist halt einfach echt richtig komisch gecodet. Also... Also sowas sollte halt irgendwie meiner Meinung nach nicht möglich sein. Okay, letzte Box. Mal schauen, sind diese 8 Euro jetzt aktuell der Wert gewesen? Nee, bisher nicht. Großbritannien. Wir machen noch einen Versuch. Komm. 52 Gold, absolut nicht worth. Nice. Okay. Das sind wir jetzt 8 Euro im Prinzip für gar nichts. Wir haben jetzt sagen, wir kommen einen Wert von... 4 Tage Premium. Nee, 5 Tage Premium haben wir bekommen. Was haben wir sonst noch bekommen? Gold sind aktuell auf Plus, Minus, Null raus. Ich glaube 6 Kreditpunktreserven und halt einfach nur Müll. Ja gut, also wie gesagt, ich meine, das kann sich lohnen, kann aber auch wirklich absolut Müll sein. Und deswegen, falls ihr euch diese Boxen kaufen wollt, ich meine, sie sind, wenn man jetzt wirklich 100 oder 200 kauft, dann bekommt man wirklich sein Geld in der Regel zurück. Aber wenn man jetzt halt nur so 10 kauft und denkt so, yo geil, ich habe jetzt gerade nur 8 Euro da und dann kriege ich irgendwie viel raus und so. Ja, so ist es halt nicht. Wie gesagt, overall kann gut sein, ist in der Regel relativ gut, aber so momentan halt. Danke.